Der vierte Evangelist Johannes, er beschreibt die Berufung der ersten Jünger etwas anders als die anderen drei Evangelisten. Hier geht die Jüngerschaft direkt hervor aus der Jüngerschaft bei Johannes. Und sie ist ein wenig philosophisch gestaltet wie eben das ganze Johannes-Evangelium. Diese zwei Fragen, dieser kurze Dialog von Jesus mit den Jüngern, was sucht ihr, wo wohnst du, kommt und seht, ist schon sehr stilisiert. Alles drei Worte, was sucht ihr, wo wohnst du, kommt und seht. Aber ihnen mal in ihrer Tiefe nachzugehen, könnte uns vielleicht helfen, für diesen Tag und für die nächste Zeit. Sich von Jesus fragen zu lassen, was suchst du? Was es wohl bedeuten könnte, wenn ich die Frage stellen würde, wo wohnst du, Herr? Ist da die Innenausstattung seines Hauses gemeint oder ist es eher das Inwas? Was bist du zu Hause? Zeig mir deine Welt, zeig mir dein Lebenshaus. Ich möchte mehr von dir erfahren. Ich möchte wissen, wie du eigentlich lebst und liebst. Und sie haben ja schon etwas von ihm gehört. Das heißt, sie sind auch neugierig interessiert, was die Leute da über Jesus sagen und wie es wirklich ist. Und auch wir haben viel von Jesus gehört. Aber ist da noch Neugier? Ist da noch Interesse daran, wo Jesus wohnt? Oder haben wir ihn schon längst auf Wolke sieben gesetzt oder in irgendeinen sprichwörtlichen Himmel geschoben? Sodass er definitiv nichts mit unserem Alltag zu tun hat? Lasse ich mich von Jesus so einladen, wie es die Jünger tun, kommt und seht? Er spricht das doch auch in mein Leben hinein. Komm und sieh. Komm, geh mit mir. Komm, geh auf den Spuren meiner Wege, meines Lebens, meines Lebens. Lebe doch die Art, wie ich gelebt habe. Glaub mir doch, dass es dich zu mehr Leben führt. Glaubt doch, dass das wahres Leben bringt. Diese Einladung steht ganz am Anfang des Johannes-Evangeliums. Aber dieser Anfang, der kann immer zu sein. Dieser Anfang kann heute für mich sein, wenn ich will. ihn dort zu finden, wo er heute an meiner Seite in den Begegnungen des heutigen Tages leben will. Wie er mir heute seine Welt, sein Lebenshaus zeigen will. Wie er mir heute sagen will, dass ich in meiner Welt so leben kann, wie er gelebt hat. in Einheit mit den Menschen, friedenssuchend, barmherzig auf die Menschen blicken, sie annehmen, alles, was da niederliegt, aufrichten. Und alles im Vertrauen, dass er nicht nur die Wege mitgeht, sondern, dass sie mich auch zu einem ungeahnten Ziel führen. Die Augen dafür, die Augen des Herzens, die entwickeln wir vielleicht an diesem Altar, im Geschenk des Sakramentes. Denn nur gläubige Augen, vertrauende Augen, vermögen, im gebrochenen Stück Brot, den allmächtigen Gott zu erkennen. Im gebrochenen Brot all das zu erkennen, wofür wir dankbar sein dürfen. Im gebrochenen und in der Gemeinschaft geteilten Brot, das ganze Geschenk des Lebens erkennen. und sieht.